So, herzlich willkommen endlich mal wieder zu einem kleinen Let's Show. Ich stehe jetzt hier, ja gut, ihr seht alles Minecraft, könnt ihr auch lesen, aber jetzt kann ich nicht eidlich sagen, jetzt habe ich es gesagt, aber okay. Ich stehe hier gerade auf einem kleinen Hügelchen und ja, in diese Richtung seht ihr, würdet ihr mein Haus sehen, wenn ich meine Ränder des Hands hochstellen würde. Ja, und deswegen möchte ich da mal hinlaufen. Ich wollte nämlich jetzt nicht so gleich den Anfang haben, so, hier klatschen wir euch erstmal alles einfach dahin. So, das ist meine schöne Kaktienfarm und wie ihr vielleicht seht, in meiner Toolbar, aus meiner GUI, wie heißt das Ding, in meiner, genau, in meiner Schnelleiste. Ich arbeite mit dem Paintily Pack, unter anderem, ich habe es mir nicht selbst erstellt. Naja, und auf jeden Fall, ich habe mir noch ein paar eigene Texturen geschrieben, ich arbeite mit dem Mehr-Kreaturen-Mod. Wie ihr seht, das ist meine eigene Textur, das ist eigentlich früher ein Bogen gewesen. So, Mehr-Kreaturen-Mod, was habe ich hier noch, genau, den Ultimate Fist-Mod. Äh, so war es eigentlich schon. Ich habe das Ganze erstmal auf Peace vorgestellt, allein dadurch, dass ich hier dann durchgehe. Ach ja, und was ich noch ganz nett finde, ich weiß, glaube ich, wie man... Ach, das ist ein Löwe. Ja, auf jeden Fall, sei leise. So, egal, brauche ich nicht. Was willst du hier? So, jetzt sind wir erstmal die Neffing-Fiecher losgefahren und wie ihr seht, hier ist so ein kleiner Bug, ich bin ganz stolz drauf. Hier ist eine Treppe verschwunden, ich kann ja trotzdem hier noch ihre Eigenschaften, ich kann ja noch hochlaufen. Naja, und hier drauf bin ich ein bisschen stolz, ein bisschen nicht, ziemlich ganz schön stolz. Das Ganze hier habe ich mit einem Waffe und zwei Lava, glaube ich, gebaut. Das ist eine Monsterfalle, für jene, die nicht gleich erkannt haben, was das alles ist. Und naja, ich logge die Viecher einfach hier ran, nur so nebenbei. Ich habe mir gleich eine zweite daneben gebaut, die ist nämlich beliebig aneinander kachelbar. Ab vorn, ab hinten, ab irgendwo, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, für seitlich ist es am einfachsten. So, und aufgrund von, was waren das genau, Wehrwölfen oder sowas, sie können nämlich, früher waren nämlich nur die Falle da, habe ich mich hier hingestellt und ist ein Wehrwolf einfach drüber gesprungen. Hecht gehabt. Aber naja, ich gehe hier mal rein, hier kommt noch super wieder raus, wenn man ein Spieler ist und wenn man keine dumme Kreatur ist. Ihr seht, hier unten ist Lava, aufgehalten von der Leiter. Das hier ist noch so ein kleiner Fehler, den ich mal beheben müsste. Ich habe hier, glaube ich, irgendwann mal Lava weggemacht oder so, denn es kommt hier nicht ganz da. Naja, hier drunter ist eigentlich auch ganz einfach gebaut. Hier habe ich noch einen kleinen Fehler, da bin ich noch gerade am Arbeiten. Aber naja. So, diese kleinen, netten, schönen Fehler und hier, da seht ihr gerade, ich bin am Arbeiten. Aber naja. So, das war meine schöne Monsterfalle. Jetzt kann ich von den Viechern nicht mehr angesprungen werden. Und naja, dieser mehr Kreaturenmutter, ich werde, glaube ich, noch ein bisschen so ein paar Links reinstellen und wenn ich meine Homepage endlich mal fertig habe, was aber nicht in naher Zeit sein wird, dann werde ich auch meine Welt zum Download bereitstellen. So, hier seht ihr, hier geht es tief runter. Wohin? Naja, eben muss man sich seine Sachen auch abholen. So, hier dachte ich, legen wir mal so eine kleine Höhle an. Sie ist nicht so übermäßig toll. So, hier ist noch das andere Teil, was ich brauchte. Das Ding ist einfach nur übrig gewesen, also muss ich jetzt irgendwie loswerden. So, und hier würden die Sachen reinkommen. Alle so von da oben und das Ganze habe ich jetzt, glaube ich, mit zwei Wasserfeldern gebaut und, ja, glaube ich, auch zwei Lavafeldern. Auf jeden Fall nicht allzu viel. Und so ein paar, bisschen architektonischer Aufwand. Naja, jetzt sind wir gerade an einem Punkt, in dem ich noch nicht hingehen will. Da geht es nämlich wieder raus in mein Häuschen. Ah, ja, ah, hm. Geschicklichkeit ist mir leider nicht gegeben. So, ich hole mal schön Rotstein raus. So, jetzt geht es aber mal von vorne in mein kleines Häuschen, wie ihr seht. Hier ist so ein wunderschöner, habe ich mal eine wunderschöne Decke gebaut. Das ist Lava. Hier ist meine Schmiede, keine Angst, hier ist nichts mehr drin. Das ist einfach nur ebenfalls ein Bug. Hier habe ich mal ein bisschen Lava rausgenommen. Das ist mein Mülleimer in der Schmiede. Ah, genau, mit dem Fancypack arbeite ich auch. Dafür steht das Ding hier, das kommt damit auch dazu. Wie auch der Tisch mit den Stühlen. Oder besser gesagt, das sind eher zwei Sitzbänke. Naja, hier ist mein Crafting Table. Das war es eigentlich schon. Ich zeige, also gut, um sozusagen... Das ist ziemlich quadratisch und das sieht doch ziemlich scheiße aus. Es ist aber wirklich ehrlich gesagt nur meine Festung. Ah, ich will hier noch nicht in den zweiten Starkwechsel. So, das ist mein kleines Erlebnisbecken mit Kamin. So, und hier kommen wir in den kleinen Garten. Hier ist es eigentlich ganz nett, hier spawnen manchmal Spinnen, die dann wiederum zum Licht rennen, zu diesem Licht und verbrennen. Sie tropen ihre Sachen davor, meistens. Aber naja, hier ist wieder ein Crafting Table. Hier geht es rauf auf diese kleine Terrasse, die meine Monsterfalle überhaupt erst möglich gemacht hat. Da dachte ich, gut, packen wir mal so ein bisschen... Hm. Was ist da? So, gut, ich habe so ein paar Übersetzungen gelesen. Also, es gibt einmal Reeds. Sprich, also, das wären einfach solche Halme, Weizen, beispielsweise. So, gut, hier oben ist die Festung zu Ende. Ich will noch ein bisschen weiter basteln. Ah, naja. Dann gibt es noch Bambus. Oder aber auch Zuckerrohr. Wobei Zuckerrohr das Wahrscheinlichste ist, wenn man dadurch Sugar Canes kriegt. Also irgendwelche, keine Ahnung, was das heißt. Sugar ist Zucker. Ist klar. So, von hier geht es rauf auf meinen kleinen Aussichtspunkt. So, wenn es nachten wird, ist es ganz nett. Dann stehe ich mich hier oben hin und sehe hier überall die ganzen Viecher spawnen. Von, also im gesamten Bereich.